Gleis 4 Gleis 4 Gleis 4 Gleis 4 Gleis 14 Gleis 4 Gleis 4 Gleis 54 Gleis 35 Einfahrt S9 nach Essen-Stehle über Essen-Hauptbahnhof. Abfahrt 15.46 Uhr. Heute ohne Halt in Essen-Überrohr, Essen-Holthausen, Essen-Kupferdreh, Fellbert-Nierenhof, Fellbert-Langenberg, Fellbert-Newiges, Fellbert-Rosenhügel, Wülfrath-Aprath, Wuppertal-Vorwinkel, Wuppertal-Sonnenborn, Wuppertal-Zoologischer Garten, Wuppertal-Steinbeck, Wuppertal-Hauptbahnhof, Wuppertal-Unterbarmen, Wuppertal-Barmen, Wuppertal-Oberbarmen, Wuppertal-Langerfeld, Schwellen-West, Schwellen- und Gebelsberg-West. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3 Einfahrt S9 nach Haltern über Essen-Borbeck-Süd. Abfahrt 19.44 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 1 Einfahrt S3 nach Hattingen über Essen-Hauptbahnhof. Abfahrt 20.03 Uhr. Heute ohne Halt in Hattingen-Mitte. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3 Einfahrt S9 nach Recklinghausen-Hauptbahnhof über Essen-West. Abfahrt 20.14 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 1 Einfahrt S1 nach Dortmund-Hauptbahnhof über Essen-Hauptbahnhof. Abfahrt 20.52 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt.